Der Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bissel sehr arsch der Bereich. Ah, der will aber runter. Ja, da haben wir sie gleich runter, safe, safe. Haben wir sie da gleich mal runter. Sollen sie ruhig kommen. Ich habe eine Schrotflintenposition. Na, wie schauen wir jetzt aus? Mmh, 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 stark. Starker Bereich. Also Schrotflintenposition, dass wir die auch noch zusätzlich kriegen. Babermäßig, Babermäßig. Kann ich nie sagen. Ich fragte nur ab, bis der mit dem ein oder andere da herkommt. Wo hat der mit drauf? Ah, da haben wir ja schon. Wow, wow. So, ähm, Alter, aber weißt genau, direkt zu einem Auskriechen. What the fuck? Wo ist denn das, Alter, für einer? Leck mir, Marsch. Leck mir, Marsch. Wer ist denn der Große da, Alter? Ähm. Oder wer, wer war denn der Große, Alter? Seid so steppert? Der Große, da haben wir schon mal wenigstens mal unseren sogenannten Sprung, jetzt. Oh fuck. Ehe nicht hinter mir, gell? Nachbar. Aber schön erwischt gehabt. Komm, 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 komm. Fick dich, Batterie. Fick dich einfach nur. Fick ich. Nur, nur, nur die eine Patrone tust du nachladen. Ist es dein scheiß Ernst? Ist es dein scheiß, wo fickt der Ernst, Alter? Nur die scheiß eine Patrone, Alter. Fick dich, Alter. Fick dich mit deinem Patrone. Hat mich zwar gerne noch ein bisschen genauer umgeschaut, aber wenn ich, ich hab so das Gefühl, umso länger ich warte, umso mehr Gegner kommen. Okay, das dürfte aber im Prinzip auch durchlaufen, ist sicher safe. Und dann wäre ich aber auch im geschützten Bereich. Ja, genau. Fick dich. Es ist sowieso klar. Das ist nicht dein scheiß Ernst, dass die, Alter, sich da den Generator da nur mit einsteigen. Schalten hab müssen, Alter. Geschleichte. Ich denk mir. Ja, nice. Bin safe. Dies, das, jenes. Kann mir niemand was. Komm, die Scheiße da her. Komm, da einfach mal die Scheiße da her. Ich hab mir gedacht, ich wär, ich wär nicht mehr. Alles verbracht. Einfach alles verbracht. Papa-mäßig. Überhaupt nicht enttäuscht. Überhaupt nicht. Nicht, dass du da gleich sich verletzt oder sonst das, gell. Wehe, ich wollt's grad sagen, Alter, wehe. Du kommst da nicht um. Aber gut zu wissen, dass da was ist. Hehehe. Sehr, sehr gut zu wissen. Muss ich da gleich so eine Runde gehen, oder was? Oh, ihr könnt doch einfach runterhüpfen, auch. Geht auch. Ist auch möglich. Aber du verpasst nicht das ein oder andere, sicher. Wie war das nochmal mit? Ich hab plötzlich 40 Schuss gehabt. Ich vermisse die Zeiten mit 40 Schuss. Ich vermisse die Zeiten sehr. Wieso hab ich das Gefühl, dass ich da sterben werde? Wenn ich da runterhüpfe. Hm. Hm. Definitiv. Also, ich halte mich definitiv rechts. Ich bin nicht mehr weg, der ist schon. Okay, da bin ich noch zu weit oben gewesen. Bin ich definitiv noch zu weit oben gewesen. Also, ich wollte mal nur so ungefähr, dass ich mal weiß, okay, passt. Ah, ich hab plötzlich einen Schuss zusätzlich gekriegt? Ich glaube schon. Schaut. Schaut so aus. Schaut so aus, wie ich einen Schuss zusätzlich gekriegt. Gänzlich, tüge, gänzlich. Alter, wieso Freitag der 13 oder sonst was, Alter? Alter, wieso Teenager oder so? Alter. Lasmine. Lass nach. Lass nach, Digi. Ähm. Jetzt kann ich eh den Revolver wieder benutzen. Jetzt ist eh wurscht. Ja, aber der Nebel ist noch immer da. Okay, aber dafür gibt es keine dramatische Musik. Aber der Nebel ist noch da. Also, ja und, nein, sie könnten noch kommen. Theoretisch gesehen könnten sie noch kommen. Ja, wenn dann Revolver. Geradeaus können wir. Ah, noch. Schauen wir mal, was haben wir denn da geradeaus noch. Wir haben einen Fleckerl haben wir noch, wo ich auch gesehen gehabt habe, dass wir da was zum Sammeln haben. Das ist die X. Okay, okay, bin gerade ein bisschen überrascht, dass da nichts ist. Alter, wie hätte ich die eigentlich dann haben dran sollen? Wenn ich da gar keine Munition mehr gehabt hätte. Das ist der Nursch. Das ist der Nursch. Definitiv. Alter, ohne Munition. Ohne Munition weiß ich nicht, ob wir da noch lange überleben können. Havara. Weiß ich nicht, ob wir da lange überleben können, aber probieren wir mal mit der Taschenlappe, ob da vielleicht irgendwas kommen könnte. Was weh ist. Sonst nix? Nein, mehr. Eine Munition oder sonst was. So. Wie ich ja nicht sagen habe, so eine kleine Spende für die Armen oder sonst was. Jetzt wird es langsam schon kritisch. Jetzt wird es langsam schon wirklich kritisch. Mit der Munition. Da hätte ich schon langsam nix mehr gekundet. Alter, wir werden so gut bestückt. Wir werden so gut bestückt. In Episode 1. Und da kriegst du den Scheißdruck. Okay, aber dafür hast du aber die Großen dazukriegt. Und die Großen sagen... Ja, der haltet was aus. Der haltet definitiv was aus. Das ist vielleicht nicht sogar eher die Frage, ob man eher vielleicht schaut, dass man den... ...vom Weitem, mein Name... ...beziehungsweise eher wegläuft. Er vielleicht sogar so ein bissel drumherum läuft. Um den Typen. Aber... Alter, der hat mal vier und fünf gleichzeitig... ...bisschen viel. Schön ist es gewesen, Alter. Schön war es. Schön war es. Ein Gebiet, der tu nicht so. Und so, gleich mal den Kopf nochmal angestoßen. Sehr gut. Oh shit. Das wäre so geil, Alter. Eher in der Zukunft. Das wäre es. Gut zu wissen. Sehen Sie sie auch? Nur tu? Natürlich sehe ich sie. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber los jetzt. Wow, diese Lache. Diese Lache. Gepasst. Also Leuchtfackel benutzen wir dann erst, wenn der Große daherkommt. Wesen, mit der ich und alles hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Hallo, Schreie. Machen Sie schon. Vielleicht der Hauptcharakter in seiner... ...in seiner Serie. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? ...dass man vielleicht sogar sagt, dass er der Hauptcharakter ist in seinem Bücherl? Würde ich jetzt einmal behaupten. Könntet man... Könntet man auch so sehen, vielleicht. Könntet man vielleicht auch so sehen. Oder war... ...einfach... ...einer der einzigen Gescheiten in dieser Welt. Das kann auch möglich sein. Ich glaube, sie machen was. Ich spare mir die Munition einfach. Ich spare mir die Munition. Ich bin nicht geteppert. Das nutze ich aus, Alter. Das nutze ich aus. Ich nutze alles aus, was es gibt. Ich bin nicht geteppert. Aber wenn der Hapschi... ...ein passiert, wird das Wurscht. Ich schaff's schon, gell. Ich schaff's schon. Schreit da durch die Gegend, lass mich in Ruhe, Alter. Gibt's wirklich, die lassen die in Ruhe? Das... Das ist aber gut drauf. Das ist ja gut drauf. Mhm, gib ihm, Alter. Gib ihm den Uhren, gib ihm. Ich scheinlich muss ich noch nachladen. Wolltest du gerade sagen, was ich... Ich schaff's, die Sau, Alter. Ich schaff's, die sind. Erinnert mich gerade, wenn die so krepieren, erinnert mich gerade voller Wäsch irgendwie an Supernatural. War's denn? Eigentlich habe ich so das Gefühl. Ich schaff's. Nur noch die Treppe hoch, Wake. Halten Sie sie mit den Leuchtfackeln aus dem Notfallkasten, ich hab mich die Bretter absinnt. Ich brauche die Waffe. Ha. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe. Schnauze. Halten Sie sie mir vorm Hals, verdammt. Äh. Gott sei Dank hab ich mir die Munition aus dem Sport. Gott sei Dank, Alter. Wie's deppert. Nur noch ein Moment. Verjahre, das ist ihn. Ich bin so höher, kannst du da vielleicht ein bisschen schneller. Einfach auf die Zufüß. Ist halt aber auch nicht lang. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Lang halten tut der Scheiß nicht immer leid. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, ich würde nicht sagen, ja passt, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, eine Fülle, Stickerl habe ich bald nimmer. Gebe er, gebe er, na sicher. Ich bin zwar eigentlich auch dafür, dass ich vielleicht die Waffen da kriege, weil die wirkt relativ nett. Wirkt relativ sehr nett. Aber war eh die bessere Entscheidung, dass ich nicht irgendwie meine Munition, meine kostbare Munition irgendwie dafür verschwende. Schauen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Ich muss trotzdem ein bisschen überprüfen, weil ich hab, da war ja die ganze Zeit in der Länge, hab ich. Da war ja nichts gefunden zum Sammeln. Da war ja nichts gefunden. Das macht mir umso mehr Paronyider, weil, wenn du in längerer Zeit nichts gefunden hast, ist einfach nur sehr komisch. Wie bitte? Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ins Programm wohl. Wie bitte? Wie bitte? Das ist lustig. Das ist der Fix nicht. Das ist der Fix nicht. Da, Taschenlampe, das ist der Seine. Und mehr kriegst du nicht von mir. Mehr kriegst du nicht. Da war's. Hehehehe. Hehehe. Ich will mal, da gebe um. Wo hat die Höfe doch gern mit dem? Hehehe. nicht mehr werfen, oder? Ja, und wieder noch was werfen kann. Wieder noch werfen kann. Digi, jetzt ist es bald. Ich wollt's grad sagen, wenn's nicht bald ist da, da ledigst, oder? Dann kriegst's keine Ahnung. Jetzt wird's noch langsam kritisch. Was? Was? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, shit. Und lieber gleich Batterie nachladen, definitiv. Aber langsam geht's dann auch wieder aus, oder? Wenn du so ein großer da herkommt, ist's aber gefickt. Wenn so ein großer da herkommt, ist's aber gefickt, oder? Ich muss das jetzt so ausnutzen. Ich muss das jetzt einfach so ausnutzen. Oh, shit. Okay, ja. Und jetzt. Jetzt muss ich ja langsam auch eine Munition aufbauen, oder? Also, ich hab nur das. Mhhh. Das ist Arsch. Das ist Arsch. Ey, ich hab mal da gehabt, oder? Ich bin oft gescheit, das zu sehen, das so halt die ganze Zeit. Okay, das reicht jetzt. Wo haben sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder Sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sich anfassen, dann... Ich weiß nicht, ob der dir da noch hilft, Alter. Bist du eppert? Havara, Havara. Nein, ich weiß nicht, ob der jetzt da noch hilft, Alter. Der erste Menschliche? Was wird töten? Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Das wäre interessant. Das wäre extrem interessant. Bist eppert. Geh'n dir, Digi, geh'n dir. Wie viele Schuss haben wir? 18. Okay, Fackel haben wir ja eh noch ein bisschen was. Die Fackeln würde ich definitiv aufbrauchen, wenn dann so ein großer daherkommt. Dann würde... Dann würde sich das so richtig auszahlen. Ja. Das tut weh. Das tut weh. Alles klar. Ah, jetzt kann er wieder laufen. Passt. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Aber gerade durch diese Übung, mit dieser großen Fackel, also mit der Leuchtfackel... Uh, da können wir sich schon spielen. Uh, da können wir sich schon richtig gut spielen. Hm. Hm. Nein, ich bin gespannt. Nein, ich bin gespannt, Alter. Das kann was werden, Alter, jetzt wieder mitten im Wald. Das wäre geil, wenn wir gegen den Typen auch kämpfen könnten. Hm. Würde ich feiern. Würde ich extrem feiern. Seitenweise, Mr. Wake. Aber nur mal Silber. Alter, wir sind... Wahrscheinlich gibt es fix mehrere Episoden. Also 5 bis 10... Ich will zu Hause haben schon 5 bis 10 Episoden. Safe. Weil wir sind, glaub ich, erst bei 20. Der will sicher, dass wir auf 100 kommen. Für den Platin. Psst. Der, wie alt ich da wäre. Wenn ich da wirklich alle sammeln müsste. Was zum Teufel? Ach, du Scheiße. Ich hab mir gedacht, das ist jetzt ein Manuskript oder so. Na, geschleicht. Ich hab fix doch gehabt, das ist ein Manuskript. Ich hab' besser aufpassen sollen. Ich hab' so dermaßen besser aufpassen sollen. Na, geschleicht. Ich hab' das so einzusetzen. Muss ich überprüfen? Muss ich überprüfen? Oh, nein, nein, nein. Kann ich nicht rummerken. Okay, passt. Aber deswegen muss ich definitiv überprüfen. Ob es denn nicht doch irgendwo was gibt. Und plötzlich das richtige Wehgang. Maschallah. Muss mir nur hinterm Starke, ich muss scheißen gehen. Der überfällt, die Fiekshörte während des Scheißen. Safe. Der lässt doch keine Ruhe. Okay, passt. Ich seh, du musst scheißen. Das sieht man nicht. Kann ich damit irgendwas machen? Na. Schade. Beziehungsweise. Und vielleicht sogar einer von denen da heran. Tappt und Meier geht? Wäre interessant. Wäre sehr interessant zu wissen. Ob die durch die Dinger auch Meier gehen können? Also jetzt müsste man halt natürlich einmal so ein Testsubjekt kriegen. Aber sonst. Sonst würde ich definitiv nicht mehr sagen. Musst wieder die ganze Zeit gerade aus Schaden und aufpassen, ob das jetzt wirklich nichts ist. Schon wieder Gegenstandslimit oder Fick dich? Oh, Licht. Oh. In der Hoffnung, dass wir auch was finden. Ich schau noch ganz kurz da unten, ob da vielleicht sogar schon ein kleines Forscheradoring sein könnte zu irgendeinem Sammelobjekt. Das wär's. Wahrscheinlich haben wir eh schon 20 vergessen. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Irgendwo Glitzer, Glitzer. Gibt's hier irgendwo Glitzer, Glitzer? Oh, vor meiner Fresse, ernsthaft. Wollt sie mich verarschen? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh, gleich links, links, rechts, links, rechts, wie zwei missgeboten, oder? Ah, wir haben noch einen. Hm. Ich sag's ja, wir haben noch einen. Den einen hab ich nicht vergessen. Den einen hab ich safe nicht vergessen. Wird mich aber auch interessieren, ob man vielleicht irgendwann einmal sagen könnte, okay, passt, ich kann einmal upgraden oder so. Die eine oder andere Waffe. Das will ich extrem feiern. Das will ich extrem feiern, wenn man wirklich vielleicht einmal sagen könnte, hat noch gepasst. Man könnte den Revolver oder sonst zusammen upgraden. Boah, das will ich so feiern. Das will ich extrem feiern. Boah, kommt jetzt irgendein Groß oder was? Warte ab, warte ab, warte ab, warte ab, warte ab, wird sicher gleich irgendein Wichser da herkrollen. Nimm mir jetzt einfach mal den Weg. Mit der Angst, dass ihr gleich gravieren könntet. Ernsthaft? Es geht nicht schneller, es geht nicht schneller, es geht wirklich nicht schneller. Fuck. Oh, wie Glück hab ich gehabt. Bist du teppert, dass die eine Axt sogar noch daneben gegangen ist. Bist du narrisch? Bist du teppert? Hab ich jetzt ein Maßen gehabt. Äh. Äh. So ein Glück musst du haben. So ein Glück musst du haben, Alter. Bist du teppert? Bist du teppert, Alter. So ein Glück musst du haben, Alter. Was gibt's doch nicht, Alter. Wie viel Lucky muss man haben, Alter. Leck mich am Arsch, Alter. Das ist alles... Das war mehr als Lucky, Alter. Das war, glaube ich, gefühlt sogar ein Bug. Oh, wie ein Manuskript. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt statt einer Schrotflinte haben wir diesmal ein Jagdgewehr. Ja, schau dir das an. Ja, schau dir das an. Lad nach, Diggi. Lad nach. Dann sind wir gleich gefickt. Wahrscheinlich ist das eh gleich der von der Weiten gewesen. Mh. Mh. Könntet wirklich möglich sein. Ja, passt, 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 passt. Na, da waren wir nicht brav. Müssen wir schauen gehen, wie wir am besten gehen, hm? Ah, eh, auch so runter, gell? Mh. Mh. Mh, ja, 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 wuuhh. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Weg. Irgendein spezieller Gegner? Oder sonst was? Okay. Böke, das Mädel ist ja. Das müssen wir an. Okay, ihr könnt dort möglich sein. Puh, der ist gleich hier auch noch, der Hubschie. Ist ja gleich hier auch noch. Das brauch ich nicht. Schaut aber irgendwie so gerade so ein bisschen aus, wie so ein Weg, wo das...